DATE A SCIENTIST – der Fragen-Podcast der Leibniz-Gemeinschaft Hallo und herzlich willkommen bei DATE A SCIENTIST. Mein Name ist Caroline Lodemann und ich stelle euch gleich unsere heutigen Gäste vor, und lade euch ein, ihrem Gespräch zu lauschen. DATE A SCIENTIST ist der Fragen-Podcast der Leibniz-Gemeinschaft. In einem etwa 30-minütigen Vier-Augen-Gespräch können die Teilnehmenden alle ihre Fragen zu ihrem Lieblingsthema stellen und unsere Leibniz-WissenschaftlerInnen haben die Antworten parat. Egal, ob es um Wildtiere in Großstädten oder um die Entdeckung neuer Wirkstoffe geht. Denn in der Leibniz-Gemeinschaft forschen wir vernetzt, und zwar über alles, was uns Menschen betrifft. 20.000 Menschen machen diese Forschungsorganisation aus. In unserem neuen Podcast DATE A SCIENTIST habt ihr die Möglichkeit, den exklusiven Vier-Augen-Gesprächen zwischen unseren Leibniz-WissenschaftlerInnen und unseren Gästen zu lauschen. Und ihr könnt auch mitmachen und eure Fragen an die Wissenschaft stellen. Wie? Das berate ich euch am Ende dieser Folge. Heute geht es um nichts weniger als das Universum, die Galaxie oder die Galaxien, schwarze Löcher und die Perspektiven, die Röntgenlicht uns auf das Universum schenkt. Mein Gast heute ist Martin Gustafsson. Er kommt aus Schweden und von dort aus ist er uns auch zugeschaltet. Nach einigen Jahren in Deutschland lebt er mit seiner Familie wieder in Schweden und ist dort viel draußen und genießt die Natur. Er ist Group-Controller bei RISE, Research Institutes of Sweden, in gewisser Weise ein Fondor der Leibniz-Gemeinschaft, wenn ich das richtig verstehe. Mirko Krumpe ist Postdoc am Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, dem AIP. Mit schwarzen, ja sogar mit superschweren schwarzen Löchern hat er sich nicht nur in Potsdam, sondern auch schon in München und in Kalifornien beschäftigt. Da gibt es jede Menge Fragen. Und ich stelle auch gleich die erste. Hast du schon als Kind in die Sterne geschaut, Mirko, und ist daraus deine Forscherleidenschaft entstanden? Dem ist tatsächlich so. Ich habe relativ früh meine Eltern mit Fragen gequält und die hatten darüber nicht wirklich ein Verständnis oder konnten mir da irgendwas beantworten. Von daher gab es relativ schnell Bücher, aber das Interesse ist immer weiter gewachsen. Und irgendwann konnte man dann, glaube ich, mit 14 im Ferienjob arbeiten gehen. Und dann bin ich in eine Hotelküche gegangen und habe so lange gearbeitet, bis ich genau damals 500 D-Mark zusammen hatte. Und das brauchte man genau, um ein Teleskop zu kaufen. Und dann habe ich am nächsten Tag den Job sozusagen beendet, mir das Teleskop gekauft und dann ging es los. Und dann war wirklich das Timing perfekt. Dann ist Shoemaker-Levy 9 auf dem Jupiter eingeschlagen. Und von daher wurde das Interesse immer größer bei mir. Und ich finde auch Naturwissenschaft, Astronomie ganz interessant. Ich habe auch aus Schweden aus auf die Sterne geschaut als Kind. Und ich finde, das findet eigentlich jeder interessant, sich über diese Größe des Weltalls Gedanken zu machen und darüber mich zu philosophieren. Ich habe später in meinem Leben Finanzen studiert an der Uni. Und ich habe aber trotzdem mein Interesse an Naturwissenschaftlern und Physik nicht verloren. Und ich fand deswegen, dass das Thema ganz interessant ist. Und wenn es diese Gelegenheit dann gab, ein paar Fragen dazu zu stellen, dann dachte ich, das wäre ganz toll. Und die große Frage ist dann natürlicherweise, wo fängt man überhaupt an? Weil das Thema ist ja ganz groß. Man kann ja einfach ganz einfach anfangen. Was ist ein schwarzes Loch? Und wie entstehen die eigentlich? Das wäre so meine erste Frage. Ja, dann würde ich da mal ansetzen. Also, was ist ein schwarzes Loch? Das ist vom Prinzip eine sehr hohe Konzentration an Masse. Und zwar so viel Masse auf engem Raum, dass nicht mal mehr Licht schafft, davon zu entkommen. Und das ist auch der Grund, warum wir das Ding als dunkel sehen. Weil halt kein Licht davon mehr wegkommt. Und da hat hier in Potsdam der Herr Schwarzschild, der war damals hier Direktor an einem unserer Institute, eine Gleichung entwickelt, die den sogenannten Schwarzschild-Radius beschreibt. Und das ist sozusagen der Bereich, den du nicht mehr sehen kannst, weil einfach das Licht aus diesem Bereich nicht mehr wegkommt. Und dieser Radius hängt eigentlich nur von der Masse ab. Also ein Beispiel bei unserer Sonne wäre der Radius drei Kilometer. Das heißt, da wäre so eine Murmel von sechs Kilometern, die komplett dunkel wäre. Gehst du jetzt aber zu den, da komme ich gleich nochmal zu, zu den superschweren schwarzen Löchern, da bist du dann schon in den Größenordnungen von unserem Planetensystem. Also da ist dann dieser dunkle Bereich, zum Beispiel von der Sonne bis zum Merkur oder sogar bis zum Pluto. Nun habe ich schon erwähnt, dass es Sterne oder stellare schwarze Löcher gibt, also so groß wie unsere Sonne oder die dann zusammengepresst werden zu unserer Sonne, also etwa drei Kilometer. Und auch die superschweren schwarzen Löcher. Das sind verschiedene Gruppen von schwarzen Löchern, wie wir die aufsortieren. Und da gibt es halt sozusagen die stellaren, die entstehen auch Sternen. Da gibt es die Intermediate, also in Deutsch würde man das wahrscheinlich übersetzen, zwischen großen schwarzen Löchern. Die haben dann so 100.000 bis 10.000 Sonnenmassen. Und dann gibt es wirklich die großen Monster sozusagen. Die haben dann Millionen bis Milliarden von Sonnenmassen. Und wie die entstehen, ist das auch bekannt? Entstehen die nur durch, also von was ich gelesen habe, verstehe ich, dass die manchmal entstehen, wenn ein Supernova kollabiert oder explodiert und kann dann ein schwarzes Loch erschaffen? Entstehen die nur so oder können die auch anderswo entstehen? Die Vorstellung ist ganz gut. Also die stellaren schwarzen Löcher, also jetzt wieder von diesen drei Kategorien, die kleinsten, die entstehen, wenn ein Stern ja so mindestens 25 Sonnenmassen hat, Ursprungsmasse, ein Stern lebt, strahlt dabei Wind ab und so weiter und so fort. Und irgendwann geht dem Stern im Zentrum die Energiequelle raus. Und so ein Stern ist nämlich ein Gleichgewicht. Von außen drückt die Gravitation, von innen will die Strahlung raus. Und dadurch definiert der Stern seine Größe. Dann hast du irgendwann mal im Zentrum den kompletten Treibstoffaufwürr braucht und dann fällt das Ding, weil auf einmal der Strahlungsdruck wegfällt, aber die Gravitation, die ist immer noch am Werk, dann fällt das Ding im freien Fall, als ob du wirklich den Stift nimmst und auf der Erde fallen lässt, in sich zusammen. Und dabei passiert es dann halt, dass bei einer Masse oberhalb von etwa 25 Sonnenmassen schwarze Löcher aus dem Endprodukt dann entstehen. Das sind die sogenannten schwarzen Löcher. Und bis vor vielen Jahren dachten wir, ja, das verstehen wir eigentlich alles ganz gut. Wenn du jetzt viele dieser schwarzen Löcher zum Beispiel nimmst, die kannst du vereinigen oder die können natürlich auch Masse ansaugen und dadurch größer werden und so bildest du vielleicht diese Zwischenprodukte und auch die superschweren schwarzen Löcher, könnte man so erklären. Wunderbar, alles schick. Und dann gab es Beobachtungen und dann war nichts mehr schick. Und zwar, was wir da gefunden hatten, war, dass bereits nach 700 Millionen Jahren, nach einem Urknall, also 12 Milliarden Jahre zurück in der Zeit, haben wir bereits superschwere schwarze Löcher mit eine Milliarde Sonnenmassen gefunden. Du wirst dich vielleicht erst mal fragen, und was ist das Problem? Naja, du kannst theoretisch ausrechnen, wie schnell kann so ein stellares schwarzes Loch zu einem superschweren schwarzen Loch mit so einer Masse wachsen. Und da kommst du drauf, da brauchst du das komplette Alter des Universums. Wir finden die Dinge aber schon nach ein paar hundert Millionen Jahren. Und dann wird es natürlich interessant als Astrophysiker, weil dann sagt man sich, hier funktioniert irgendwas nicht, hier muss irgendwas nicht so sein, wie wir es dachten. Und dann geht natürlich die Forschung los. Und das ist ja auch ganz interessant, weil es gibt ja auch ganz viele wissenschaftliche Disziplinen, und dann, so wie ich das verstanden habe, versteht man heutzutage schwarze Löcher aufgrund, also die Relativitätstheorie eigentlich von Einstein beschreibt ja eigentlich die Schwerkraft im Verhältnis zu Masse und Lichtgeschwindigkeit, setzt das alles in Zusammenhang. Und dann hast du die Quantenphysik, was eigentlich die subatomaren Verhältnisse beschreibt zwischen die Elektromagnetismen und so weiter. Was ich mich frage, ist, wie versteht man heutzutage schwarze Löcher? Ist es eine Mischung von den beiden Theorien, oder ist es hauptsächlich astronomisch, also durch den Weltall beobachten, oder aus welcher Angriffswege versucht man die schwarze Löcher eigentlich zu erklären? Über diese Frage könnte man jetzt wahrscheinlich eine Stunde philosophieren, von daher versuche ich mal einen Aspekt daraus zu greifen. Und wenn es nicht der Aspekt war, den du meintest, hake da gerne nochmal nach. Wir als Astrophysiker, beobachtende Astrophysik, sehen eigentlich das schwarze Loch eher als Mittel zum Zweck, würde ich fast sagen. Und zwar können wir das schwarze Loch selbst dann nicht richtig sehen, außer jetzt auf diesen neuesten Bildern vom Event Horizon Teleskop, wo man ja im Radiobereich Teleskope auf der kompletten Erde zusammengeschaltet hat und wirklich sozusagen wirklich diesen Schatten auf vom schwarzen Loch sieht. Aber eigentlich sehen wir das in der... Genau, das war ja ziemlich neulich in die Nachrichten. Da hat man ein Bild von das schwarze Loch im Zentrum von unserer eigenen Galaxie gemacht. Richtig, genau darum geht es, genau. Und das, was ich mache, das ist aber, wir brauchen ja Strahlung. Wir brauchen irgendeine Form von Strahlung, um diese superschweren schwarzen Löcher zu sehen. Daher interessieren wir uns, was dort gerade ins schwarze Loch reinfällt und was außerhalb dieses Ereignishorizonts, also des Schwarzschildradius, stattfindet. Was im schwarzen Loch selbst ist, können wir derzeit nicht beobachten. Und da brechen auch im gewissen Rahmen unsere Formeln, also die, die das wirklich beschreiben, zusammen. Und von daher konzentrieren wir uns in der beobachten Astronomie wirklich auf die Bereiche außerhalb. Und die sind auch sehr, sehr spannend, weil du natürlich dort schon diese gravitativen Effekte des schwarzen Loches spüren kannst und beobachten kannst. Und so ein schwarzes Loch, wissen wir heute, so diese superschweren schwarzen Löcher gibt es im Zentrum jeder Galaxie. Und in den meisten Galaxien sitzen die dort rum und bekommen keine Materie. Und dadurch siehst du die nicht. Das ist sozusagen, beobachten würdest du eine ganz normale Galaxie. Und dann gibt es aber einige, so 5 bis 10 Prozent, wo Materie auf diese schwarze Löcher durch irgendwelche Prozesse, die wir auch noch versuchen zu verstehen, geführt wird. Und dann werden diese superschweren schwarzen Löcher, diese Systeme natürlich nicht das schwarze Loch an sich, sondern außenrum dieses Gas. Das wird so heiß, dass dort so viel Energie abgestrahlt wird, dass es die komplette Galaxie, also Milliarden von Sternen, überstrahlen kann. Diese Dinger wollen wir natürlich verstehen. Wir wissen mittlerweile, dass sich um dieses superschwere schwarze Loch dann eine sogenannte Akkretionsscheibe ausbildet. Das ist also eine Scheibe, wo diese Materie ganz schnell um das schwarze Loch rumkreist, extrem heiß wird, extrem schnell sich bewegt. Hier sind wir schon bei Geschwindigkeiten, die vergleichbar sind mit der Lichtgeschwindigkeit. Und dann hat man dort weiter außen Wolken und so weiter. Und das haben wir schon ganz gut verstanden, wie diese Teile funktionieren. Und was wir halt noch nicht sehr gut verstehen, ist, wann kommt es dazu, dass superschwere schwarze Löcher anfangen, aktiv zu werden. Wir nennen diese Dinge aktiv akkretierende schwarze Löcher. Und schalten die sich auch mal wieder ab. Und das sind so eine Kernfragen. Und das ist halt das, was der Astrophysiker macht. Das, was du zum Anfang angesprochen hattest, diese Gravitationstheorie und auch die Quantenphysik, das ist ein anderer offener Punkt in der Physik an sich. Und zwar sind es die Urkräfte. Und wir haben eigentlich alles vereint bekommen, außer die Gravitation und die Quantenfeldtheorie. Und die beiden, die wollen auch überhaupt nicht. Also das eine beschreibt sozusagen was Komplännes als die andere Gravitationsphysik. Und man kriegt es einfach nicht hin. Und das wäre wirklich extrem wichtig, um auch Gravitation auf kleinsten Skalen viel besser zu verstehen. Weil, ich erwähne das immer sehr gerne, wir verstehen eigentlich überhaupt nicht, warum ein Elementarteilchen überhaupt eine Gravitation aufbaut. Also stell dir vor, du hast ein Glas Wasser vor dir oder irgendwas. Warum fängt Materie an, andere Sachen anzuziehen? Das hat jetzt in dem Sinne, das ist eine Eigenschaft der Materie. Ja, wir können nicht erklären, wo das herkommt. Da sind wir eigentlich auch schon wieder bei superschweren schwarzen Löchern, weil irgendwo, das sind die Extreme davon. Warum machen die das eigentlich? Ja, wir können es messen, aber erklären können wir es leider nicht. Interessant. Und du hast früher erwähnt, dass es eigentlich verlangt, eine Masse von 25 Sonnenmassen, um ein schwarzes Loch zu erstellen. Würde das dann heißen, dass es gibt keine Objekte im Universum, die schwerer ist als 25 Sonnenmassen, die nicht schwarze Löcher sind? Ist es so, dass automatisch, wenn du eine Masse von 25 Sternenmassen zusammenführen würdest, würde es sofort in ein schwarzes Loch kollabieren, wenn es keine Gegenkraft gibt, was das aufhält? Das ist auch wieder eine interessante Frage, weil die unterteile ich auch gleich mal wieder in zwei Bereiche. Also gehen wir mal zur ganz normalen Sternphysik. Da ist es so, diese Masse, die wir da immer sagen, das ist die Startmasse des Sterns. Ja, also du nimmst einen Stern, der startet mit einer bestimmten Masse und jetzt lässt du den wie so einen Menschen, also es wäre wie beim Mensch, drei Kilo etwa. Und jetzt guckst du mal, was mit dem passiert. Und dann isst der und isst der, die Masse hattest du ihm zum Anfang nicht mitgegeben und isst und isst und wird immer schwerer und schwerer, jedenfalls so ist es bei mir. Und irgendwann kommt man dann mal dem Ende ein bisschen näher. Bei Sternen ist es fast andersrum. Die werden geboren und im meisten Fall verlieren die Masse. Die haben sehr starken Sonnenwind, je nach Masse sogar, also mit höherer Masse geht der Sonnenwind oder dieser Sternwind zu. Und das führt dazu, dass wirklich ein Großteil der Masse vom Stern abgetragen wird. Und dann für die Masse, die nachher das schwarze Loch hat, oder der Neutronenstern, wenn die Masse halt für ein schwarzes Loch nicht ausreicht, oder wie bei unserer Sonne, bleibt sogar nur ein weißer Zwerg übrig. Das ist wirklich, da ist wichtig, die Endmasse kurz bevor du in diesen Kollaps gehst. Und der kann je nach Sternentwicklung unterschiedlich sein. Also von daher sind diese 25 Sonnenmassen wirklich die Startmasse. Dann kommt der zweite Prozess und da sind wir wieder bei superschweren schwarzen Löchern. Und wie werden die denn überhaupt so groß? Jede schwarze Loch kann Materie aufnehmen, weiterhin aufnehmen und dadurch schwerer werden, wenn du ihm Materie irgendwie gibst. Und ich habe ja eben schon erzählt, dass diese Quasare so hell sind, dass ihre komplette Galaxie, also genauso hell oder heller sind als Milliarden von Sternen zusammen. Und hier bereichen bereits wenige Sonnenmassen an Materie pro Jahr, die du auf so ein superschweres schwarzes Loch füttern musst, damit dieses so hell wird, dass es diese Leuchtkraft erreicht. Und so wächst dieses superschwere schwarze Loch jedes Jahr um ein paar Sonnenmassen. Und wenn du das halt eine Million Jahre machst, ist es halt nach der einen Million Jahre zwei bis drei Millionen Sonnenmassen schwerer als zuvor. Und so wachsen diese Dinge halt schnell an. Und da sind wir auch wieder bei dieser Frage mit den frühen schwarzen Löchern, die so extrem schwer sind. Das Problem daran ist, das kriegen wir eigentlich gar nicht hin, weil es gibt halt Physik im Universum. Das heißt, wenn du Materie auf die schwarzen Löcher raufsaugen willst, da gibt es ein sogenanntes Adding Limit. Das heißt, du produzierst ja Strahlung und diese Strahlung möchte raus. Das ist wie beim Stern, hatte ich dir auch erklärt, da gibt es auch so ein Gleichgewicht. Und was jetzt hier passiert ist, dass die Strahlung, die vom schwarzen Loch oder aus der Akkretionsscheibe, wo ja diese Strahlung produziert wird, raus will, drückt die Materie, die gleichzeitig rein will, wieder raus. Und so reguliert sich ein maximales Verhältnis ein, mit dem dieses schwarze Loch wachsen kann. Und deswegen verstehen wir halt nicht, warum schon zu so einer frühen Zeit so schwere schwarze Löcher im Universum vorhanden sind. Da gibt es natürlich verschiedene Theorien, können wir gerne mal darüber sprechen, aber das beantwortet vielleicht erstmal deine erste Frage jetzt. Und schwarze Löcher können ja dann nur wachsen und größer werden. Aber passiert es auch, dass schwarze Löcher aufeinander raten und sich gegenseitig verschlingen? Genau, das können wir mittlerweile sogar beobachten. Und zwar gibt es diese Gravitationswellenexperimente. Und da können wir messen, wie sich die Raumzeit verändert. Uh, ganz abgefahrener Begriff. Und zwar leben wir eigentlich alle in der Raumzeit. Also die Raumzeit ist x, y, z, kennt noch jeder. Und dann kommt einfach die Zeit dazu. Was man in den einsteinischen Formeln sehen kann, ist, dass Zeit und Raum so ein bisschen ineinander übergehen können. Also die Zeit kann den Raum beeinflussen und der Raum kann vor allen Dingen mit Gravitation die Zeit beeinflussen. Und deswegen sprechen wir da als Astrophysiker mal von der sogenannten Raumzeit, weil diese Sachen relativ ähnlich funktionieren. Und wenn man jetzt zwei schwarze Löcher hat, die umeinander kreisen und dann ineinander fallen, das ist so ähnlich, als ob man auf einer Wasseroberfläche mit zwei Steinen rumspielt, da zeugt man so eine Wellen. Und diese Wellen rennen dann nicht über die Wasseroberfläche, sondern durch die Raumzeit. Und wir hier auf der Erde können das sogar messen mit großen Detektoren. Die sind kilometerlang. Da schicken wir Laserstrahlen hin und her. Und der Raum zwischen diesen Laserstrahlen wird dann um kleinste Teile verändert. Und dadurch kommen wir raus, aha, hier gab es gerade so ein Ereignis. Und dadurch, dass wir davon mindestens zwei haben, können wir dann auch die Richtung Pima und Daumen am Himmel festlegen, wo so ein Ereignis herkommt. Und in Italien wird noch ein weiterer aufgebaut. Ich glaube, der ist mittlerweile auch schon ans Netz gegangen. Und Indien bauen wir auch noch einen auf. Und dadurch kriegen wir dann immer bessere Informationen, wo diese Objekte herkommen. Und da können wir mittlerweile auch schon dann ausrechnen, aha, hier ist ein Objekt mit 20 Sonnenmassen, mit einem anderen Objekt, was 40 Sonnenmassen hat, kollabiert. Und auch interessant, da kommen nicht 60 Sonnenmassen raus, sondern nur noch 50, weil ein Großteil der Energie wird in Form dieser Gravitationswellen abgestrahlt. Und nach Einstein ist ja E gleich mc². Das heißt, wenn du jetzt Energie abstrahlst, musst du dafür den Preis bezahlen in Form von Masse. Und das sehen wir bereits. Und in Zukunft werden wir das Gleiche mit Satelliten im Weltall machen. Und diese Satelliten werden eine Million von Kilometern haben, ein sogenanntes Dreieck bilden. Und damit können wir dann superschwere schwarze Löcher sehen, wie die aufeinander rasen. Das können wir mit den erdgebundenen Detektoren jetzt im Moment nicht machen. Dafür sind die noch nicht empfindlich in diesen Bereichen. Aber mit diesem Satellitensystem LISA können wir das dann machen. Ganz interessant. Noch eine Frage zu der Größe ein schwarzes Loch. Ich frage mich, ob die Größe ein schwarzes Loch, steht die Größe immer in linearen Verhältnissen zu der Masse? Oder können zwei gleich schwere schwarze Löcher unterschiedlich groß sein? Auch wieder eine sehr interessante Frage. Hier geht es jetzt darum, wie man es deuten mag. Also erstmal per Definition könnte man sich jetzt sowieso hinstellen und sagen, also eigentlich ist ja ein schwarzes Loch eine Singularität in der Raumzeit. Sprich, das ist eigentlich sehr viel Masse auf einen unendlich kleinen Punkt fertig aus. Aber von außen beobachten tut man immer den sogenannten Schwarzschildradius. Da hatte ich jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also es ist wirklich der Radius, wenn du einfach hier als Beobachter im Universum sitzt und weißt, da ist ein superschweres schwarzes Loch. Es ist wirklich so einfach, miss diesen Schwarzschildradius. Also wenn wir mal irgendwann mal mit so einem Raumschiff unterwegs sind und sehen, da vorne ist so ein schwarzes Loch irgendwie, da würde ich dir sagen, mess mal aus, wie groß das Ding ist. Und wenn das Ding halt neun Kilometer Radius hat, dann wissen wir, das ist ein schwarzes Loch mit drei Sonnenmassen, weil die Erde hat halt drei Kilometer Radius und das skaliert wirklich linear mit der Masse. Und wenn du dann irgendwann mal vor einem stehst, was um die 80 Millionen Kilometer hat, also so groß wie Sonne zu Merkur der Abstand ist, dann wissen wir, vor uns ist ein 20 Millionen Sonnenmassen schwarzes Loch und dann sollten wir natürlich auch vorsichtig sein und Abstand halten, weil würden wir, da steht kein Schild rum, Achtung, sie überqueren den eigenes Horizont und auf einmal kommst du nicht mehr raus. Also von daher ist da dein Abstand sicherlich angeraten. Dann spielt es also keine Rolle, ob jetzt ein schwarzes Loch Eisen ist oder Wasserstoff. Also die verschiedenen Elementarpartikeln, die sind ja unterschiedlich schwer und das resultiert jetzt nicht darin, dass die Löcher unterschiedlich schwer werden, eine unterschiedliche Masse haben. Nee, in der Tat ist es so, dass du wirklich nur noch diesen Radius hast und es gibt, wenn ein schwarzes Loch entsteht, sowieso nicht mehr die normale Materie. Du kannst dich ja fragen, wie schafft denn die Natur das überhaupt? Also wir gehen mal zurück zur Erde, das kann man sich vielleicht noch besser vorstellen. Du kannst dir jeden Körper zum schwarzen Loch machen. Indem du einfach zusammendrückst und ausrechnest, wie groß wäre denn dieser theoretische Schwarzschildradius. Nun kannst du die Erde nehmen und die Erde musst du auf 9 Millimeter Radius drücken. Und dann wäre es auch ein schweres, Entschuldigung, nicht ein schweres, es wäre ein leichtes, dann wäre es ein schwarzes Loch. Und jetzt ist ja die Frage, wie schafft man denn das? Von einer Größe der Erde diese gleiche Masse auf eine Murmel mit einem Radius vom 9 Millimeter zusammenzudrücken? Und da ist die Antwort, dass zwischen den Protonen und Neutronen im Kern und den Elektronen, die da rumfliegen, tierisch viel Platz ist. Da sagt man immer, stell dir eine Orange vor, die liegt auf dem Anstoßpunkt in so einem Fußballstadion und die Elektronen würden so in den Zuschauertribünen rumschwirren. So viel Abstand ist dazwischen und dazwischen ist nichts. Und das heißt, wenn du den Druck von außen immer größer aufbaust, schafft irgendwann mal das Elektron nicht mehr auf seiner Bahn zu bleiben, sondern du nutzt diesen Raum aus und drückst das zusammen. So weit zusammen, dass du irgendwann mal bei Neutronensternen bist und die haben dann noch Durchmesser von Masse der Sonne etwa 10, 15 Kilometern. Und wenn du dann den Druck weiter erhöhst, kriegst du diese Sonnenmasse nochmal zusammengedrückt zu sowas wie das, was man dann noch sieht. Und da sind wir wieder bei drei Kilometer Radius. Und da spielt es halt keine Rolle mehr. An dem Punkt, wo du das alles zusammendrückst, spielt dann keine Rolle mehr, was es mal vorher war. Ob das Eisen war, ob das Wasserstoff war, ob das irgendwas anderes war. Das ist einfach nur noch, ein schwarzes Loch hat wirklich nur noch eine Ladung, eine Masse und einen Drehimpuls und mehr nicht. Mehr kannst du nicht mehr drin bestimmen, was dort abläuft. Ganz interessant. Aber gibt es denn eine Mindestgrenze, wie klein ein schwarzes Loch sein kann? Theoretisch betrachtet nicht. Theoretisch betrachtet kannst du ganz, ganz kleine schwarze Löcher kreieren. Es gibt die sogenannte Hawking-Strahlung. Vielleicht hast du von der schon mal gehört. Stephen Hawking, der berühmte Astrophysiker, der ist irgendwann mal auf die Idee gekommen, dass es schon sein könnte, dass sich schwarze Löcher verstrahlen aufgrund quantenphysikalischer Phänomene. Es können in der Quantenphysik aus Nichts Teilchen erzeugt werden und relativ zügig gehen die wieder zusammen und sind auch wieder weg. Nur ist ja nichts passiert. Um ein schwarzes Loch passieren da Phänomene, wo du mithilfe von Quantentheorie auch wieder schwarze Löcher verstrahlen könntest. Ob es diese Strahlung wirklich gibt, das müssen wir noch ausfinden. Ja, gemessen haben wir sie noch nie. Wenn dem aber so ist, würden sich schwarze Löcher in der Tat wieder verstrahlen und je kleiner, desto schneller würden sie sich verstrahlen. Und was ist denn Hawking-Strahlung? Ist das eine ganz normale elektromagnetische Strahlung, was wir auch mit Teleskope beobachten könnte? Oder wie würde man das überprüfen? Da muss ich dir jetzt ehrlich gestehen, dass ich da in dieser Theorie der Hawking-Strahlung nicht so genau drin hänge. Ich weiß, dass es damit zusammenhängt, dass du wirklich Paare an Teilchen erzeugst. Also dieses Antiteilchen sozusagen ins schwarze Loch fällt und das normale Teilchen dann zu uns kommt. Also von daher würde ich erst mal von Teilchen ausgehen. Aber wie schon gesagt, diese Teilchen zeigen sich dann meist auch in irgendwelchen elektromagnetischen Strahlungsphänomenen. Aber da bin ich kein Experte drin. Man hat auch gelesen, das weiß ich, als die diese Partikelbeschleuniger am CERN da gebaut haben, gab es ja auch so Artikel in die Zeitungen, dass schwarze Lösche könnten entstehen. Und die Leute haben sich große Sorgen gemacht. Aber das ist wahrscheinlich dann nicht so. Oder mindestens nicht so ein schwarzes Loch, was jetzt die Erde auffressen könnte. Wir haben es von der Standardtheorie einfach nicht erwartet, dass das passieren würde. Weil ich glaube, ansonsten würde auch kein Wissenschaftler irgendein Experiment anfangen, wo er danach vielleicht feststellt, ups, und weg bin ich und kann niemandem mehr davon berichten, was ich da Tolles entdeckt habe. Es tut mir sehr leid. Und ich glaube, wir müssen uns nochmal verabreden. Aber ich muss für jetzt einmal hier reinspringen in euer Gespräch. Ich glaube, Martin, du hast die Astrophysik sehr herausgefordert heute. Ich hätte die Fragen so nicht stellen können. Ich bin aber insofern beeindruckt, als die Astrophysik für mich, Richard Wagner und den berühmten Satz zum Raum wird hier die Zeit erklärt und auch ein bisschen tröstet, weil offenbar die internationale Kooperation in der Wissenschaft sehr gut funktioniert in der Astrophysik, weil man ansonsten wahrscheinlich gar nicht weiterkäme in den Erkenntnissen. Und das ist in Anbetracht der Weltlage. Und was man heute las, dass das überall ein bisschen schwieriger wird. Sehr tröstlich. Vielen, vielen Dank, dass ihr eure Fragen und Erkenntnisse mit uns geteilt habt, dass wir zuhören durften. Das war Date a Scientist. Unser Podcast erscheint alle zwei Wochen überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Empfehlt unseren Podcast gern weiter. Lasst uns eure Bewertung da. Schickt uns eure E-Mails mit Fragen an datascientist at leibnitz-gemeinschaft.de und schreibt uns auch, wenn ihr selbst einmal mitmachen wollt. Am wichtigsten aber bleibt neugierig. Date a Scientist ist ein Podcast der Leibniz-Gemeinschaft, produziert von Pool Artists. Redaktion Caroline Lodemann und Marleen Sommer. Weitere Informationen findet ihr unter www.leibniz-gemeinschaft.de slash date-ascientist slash date-ascientist Instagramisas.de toute nächste ist es die Israeli respondent Ich liebe es hier.